Moin moin und herzlich willkommen zurück, Graft. So, dann können wir hier nochmal den weiter ausbauen. Längst nur draufklatschen. Ups, da ruckelt es wieder. Da ist eine Kuh. Wollen wir haben. Kriegen wir die? Schaffen wir die? Ne, die schaffen wir nicht. Wir müssen nicht auf diese Art. Komm. Komm, dann schaffen wir den hier auch noch. Ja, geil. Das war jetzt der Ereizhof. So, dann können wir die Kartoffeln draufklatschen. So. Wir haben wieder eine Million Planken. nochmal drei Schrott. Können wir nochmal. So, danke. Da kommt noch ein Fass. Ja, haben wir. Und noch eine Kartoffel. Nice. Oh, noch ein Dekorationsding. Auf dem Sofa. Nice. Und so einen geilen Möbeln wird es uns in Zukunft nicht fehlen. So, was fehlt hier noch? Planky? Keine Planky. noch ein Dekorationsding. Noch ein Dekorationsding. Noch ein Dekorationsding. Was lernen wir dieses Mal? Äh, Monstera. Weißt du, wo immer das ist? Monstera. So. 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 Dann. Hier hin. Und Motivationsspruch wieder. Das Spiel will einen aber auch richtig motivieren, ne? Ja, den haben wir erwischt. Eine Sonnenblume. So, das bisschen noch. Und hier noch alles. Und die drei. Muss das alle noch irgendwie im Kopf? So. Plan auch noch. Äh, wie viel kriegen wir jetzt hier? Ein Plumpsklo. So. Hier. Ein Plumpsklo geleert. Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann sein wird. Na? Kann sich hier nicht zubeißen, ne? Wexhai. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wo kommen wir gleich an? So, die Kartoffeln sind fertig. So, da können wir die noch draufpacken und die Rübe. So, die Kartoffeln sind fertig. Ich glaube, von dem kommen wir auch noch ran. Okay. Danke. dann müssten wir gleich ja geil und noch mehr strotten eis so dann hier leuchten aber auch gleich wieder neue sperr und neuen haken den packen aber erst mal hier aber mit teil waren zwei stück und bolzen erst mal den aus dem beiden einmachen lanke rein und den kommen wir nicht mehr ran naja wir versuchen es noch mal ja doch prima mit allen blättern gegen so auf dem sack wir brauchen wir davon ja nicht mal wenn wir den reinklern haken ja der ist ein bisschen doch zu schnell da haben wir den nächsten das mal 1 2 3 4 5 6 7 8 dann würde ich hier noch einmal 8 fehlen dann werden wir hier unten damit durch und hier rein hier haben wir noch hier haben wir genug ich würde sagen aber noch mal ein paar nägel äh so warum ich will dich haben so haben wir dann nicht hier haben wir da hinten ist wieder eine insel ah nein andere richtung so wenn wir das hier hinballern noch 4 und dann nochmal 3 wenn wir da nochmal 8 kriegen das wäre genial wir brauchen aber wieder mal ein anker wir brauchen aber wieder mal ein anker so daraus machen wir einen stapel dann da haben wir noch wasser rein So, und so. Reicht. Watermelon. Blumen wollen wir nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ananas? Essen wir. Okay, gibt es nur den Baum noch? Fokusnuss. So. Weg. Weg. Das essen wir. Und das essen wir. Weil Hunger. So, dann suchen wir mal jetzt Metall. Acht Stück brauchen wir maximal. Also. Noch. Nur noch. Das Kupfer. Kupfer. Da haben wir Metall. Metall. Immerhin wieder drei, also brauchen wir noch fünf. Metall. Und der greift uns wieder an. Der Boris hier. Der hat keine Freunde, deswegen knabbert er an mir rum. Metall. Das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Kupfer. Das ist Metall. Aber wir haben keine Luft. Ah, Boris. Jetzt noch drei. Ja, Boris. Alles gut. Alles gut, Boris. Einfach durch die Hose atmen. So. Das war's. Wir müssen jetzt schnell rum. Jo. Das war knapp. Fast hätte Boris uns gekillt. Aber egal. Dann haben wir hier eben. So. So. Haben wir ein bisschen noch was. So. Elf. Hier fehlen noch drei. Machen wir drei. Also sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja. Das Stück müssen wir gleich irgendwann noch finden. Weiß jetzt nicht, ob wir das noch hier schaffen werden. Aber. Dann kommen wir raus. Erstmal müssen wir unser Leben hier wieder voll haben. Weil der Boris uns wieder kaputt macht. So. Haben wir hier noch? Aufsicht haben wir hier und 17. Glibber müssen wir auch mal verarbeiten, wir können einfach weiter segeln, wir segeln mal einfach weiter, wo habe ich das da, ich glaube hier finden wir kein metall mehr, so die letzten zwei in dem bereich Wie schön Ist das herrlich der Sonnenaufgang Und immer diese schönen Ruckler, auch herrlich Genau, jetzt beißt er zu Und dahin kommt der nächste Fass So, kriegen wir so nicht Aber so werden wir ihn kriegen Sonst haben wir nichts bekommen hier, ok Warte mal, wenn wir jetzt eigentlich mal Hier auf Links gehen So wird das aussehen Da lassen wir das erstmal Dann haben wir erstmal hierbei So, den noch rein Danke rein Und hier Den Stück haben wir jetzt fertig hier vorne Noch die drei und dann hier alles Ah, freut mich, wenn es fertig ist Und dann Fahne auch gerade aus Nochmal, weil Das sah gerade sehr, sehr komisch aus Ein kleiner Bug oder so Ich kann alles hier einmal Entfernen Ja, den lassen wir erstmal noch Aber gut zu wissen, dass ich alles einmal wegmachen kann Wo ist er die Dinger So, der ist soweit Nice Danke Machen wir den Hammer Hier haben wir Besser kommen keine mehr Machen wir mal so Warte mal Wir haben ja hier die Dinger Kann eine Forschungstabelle erlernt werden Wo ist denn die Forschungstabelle Wenn ich jetzt ernsthaft Wo finde ich die Forschungstabelle Kann ich einfach hier so dran Der ist erforscht Und der ist erforscht Braustoffflasche Was brauchen wir dafür? Seil, leere Flasche Okay Segel, Wimpel Ja, aber Wie kann ich die jetzt bauen? Die beiden jetzt erstmal wieder Hier drauf Kriegen wir nicht Dann machen wir den hier eben Und Und hier So, tauschen Und Warte mal Wir haben ja hier noch ein bisschen was Kumpfklo Jetzt haben wir was zu essen Nee Nichts zu essen Und Und ja Wir haben ihn Jetzt haben wir wieder was zu essen Wir gehen auch noch drauf Schmeißen Und Den ebenfalls Mit dem hier auch noch essen Wo ist mein Trinken Trinkenwasser Ist das da So Dann sind es hier Nur noch acht Ah, ich hoffe Den kriegen wir So Dann schmeißen wir die weg Wo da unten ist Dann machen wir die Pakete mal auf Ein Schrank Nice Und Neue Malerei Ah, geil Dahinten kommt wieder eine Insel Ich weiß, wir hatten da hinten Über auch nochmal eine Insel gehabt Aber Da wollte ich ja noch nicht auf die Insel hin Dann fangen wir mal hier an Dann brauchen wir gleich wieder ein bisschen Schrott Und da ist Schrott mit bei Nee Aber Ich wollte das wegschmeißen, hallo Dann haben wir wieder ein Paket Hallo Ivera Also Also Warte Wir brauchen wieder Einen Anker Wollen wir da hin Und wieder strott Das heißt dann können wir noch mal Nägel machen Was sind hier noch Sieben Also 14 brauchen wir insgesamt Annehmen Die müssen wir jetzt kriegen Die müssen wir jetzt kriegen Ah, geil Und Und So Passt perfekt Dann knall ich den noch irgendwo rein Klar Und schmeiß das noch rein Dann brauchen wir jetzt noch Drops Und Metall Und vielleicht noch ein bisschen was zu essen hier Oh Und hier Ananas Mehr sehe ich jetzt hier auch nicht an Bäumen Außer hier Die Scheiße Die Scheiße brauchen wir nicht Die Scheiße brauchen wir nicht Ananas können wir jetzt gleich essen So Und die Kokosnüsse essen wir Dann suchen wir mal Bisschen Schrott Hier haben wir nochmal Schrott Da sehe ich Eisen Drei Stück Mehr werden wir ja nicht brauchen Zumindest vom aktuellen Zeitpunkt her Das heißt Können unser Floß Zumindest die Etage Fertig machen Warte mal Wenn wir hier schauen Stationäre Anker Drei Metallbarn Und ein Scharnier Lass mal nochmal drei holen Wäre mir der Lieber Warte mal Hier kann ich sonst nichts machen Navigation Okay wo haben wir nochmal drei Barren So Metall Da sehe ich einen Schnappen wir uns den Ah da sind sogar zwei Dann sehen wir zu dass wir vielleicht zur Not noch ein bisschen mehr holen Da sind nochmal welche Aber wir brauchen Luft Dass der jetzt anfängt So eine dicke Nervensäge Wirklich Ähm Wo bin ich denn hier Ah nein Achso da ist mein Kloß Ja du mich auch Schrecks Viech So dann So Können wir Gehen Wieder entfernen Und Diesen Schlott haben wir gesammelt Das müsste hoffentlich reichen So acht Stück haben wir Ich würde sagen Den hier reißen wir gleich ab Den hier Sobald wir Genug Hier von den Also von den Baden gemacht haben Dann kommt hier drüber Der Anker Brauchen wir für den Planke Seil Metallbahn Scharnier Nur ein Scharnier Wir haben ja zum Glück hier noch Einen Dann packen wir schon mal hier hin So und Noch einen drauf So Dann Hier Wenn wir den haben Dann reißen wir den ab Aber Das machen wir In der nächsten Folge Vielen Dank Dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's Euer MaxDeos Und Ciao Ciao Ich bin's Ich bin's Ich bin's Ich bin's Untertitelung des ZDF, 2020